So malen Sie eine Tabelle aufs digitale Papier. Klicken Sie im Register Einfügen auf Tabelle und wählen Sie Tabelle zeichnen. Zuerst zeichnen Sie den Rahmen. Und dann die Spalten und Zeilen. Zum Ausschalten des Stiftes drücken Sie die Escape-Taste. Der Stift funktioniert auch bei Tabellen, die Sie noch ein wenig ändern möchten. Klicken Sie zuerst in die Tabelle und dann in der Registerkarte Layout der Tabellentools auf Tabelle zeichnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017